Der Springbrunnen vor dem Hauptterminal sprudelt bereits und auch sonst sieht es hier aufgeräumter aus als noch vor ein paar Monaten. Vielleicht ist das ein Anzeichen, dass Flughafenchef Hartmut Medorn sein Vorhaben umsetzen will, den Nordpeer möglichst schnell an den Start zu bringen. Maximal zehn Flugzeuge. Es geht um die zwei Airlines, die German Air und die Condor. Condor ist ja ein Chandra. Die haben je nachdem an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich viele Flüge. Wir rechnen davon, dass das zurzeit mit dem heutigen Flugplan bis zu fünf Flüge am Tag sein werden. Aber das kann an einem Tag, wenn die mehr Reisen verkauft haben, auch mal mehr sind. Das kann passieren. Aber bis zu zehn Flügen am Tag sind wir da unterkritisch. Verworfen wurde dagegen die Idee von Horst Ammann, erst Schönefeld zu schließen und an den BER zu verlegen. Medorn möchte erst mit Tegel umziehen und Schönefeld parallel weiter betreiben. Ob allerdings wie versprochen ein Termin für die Eröffnung des Hauptterminals im Oktober genannt werden kann, ist immer noch offen. Qualitätsmängel zu korrigieren und eine ganze Reihe andere Punkte noch fertig zu stellen und hier einen verlässlichen Termin herauszufinden, bis wann wir das alles fertig haben. Das wollen wir in den nächsten zwei bis drei Monate können, um es dann dem Aufsichtsrat vorzutragen und als Vorschlag zu diskutieren. Für Matthias Platzeck war es am Freitag seine letzte Sitzung als Vorsitzender des Aufsichtsrats. Über seine Nachfolge wurde noch nicht entschieden. Herr Platzeck ist heute zurückgetreten. Der nächste Aufsichtsrat wird planmäßig Ende Oktober tagen. Dann liegt es an Brandenburg, die Nachbesetzung für das Aufsichtsratsmitglied vorzunehmen. Und der, die Vorsitzende, wird aus dem Gremium herausgewählt und dies ist dann abzuwarten. Und so steht es auch weiter in den Sternen, wann der Hauptterminal vom BER in Betrieb gehen kann. Das freut vor allem die Tauben, die wohl noch eine ganze Weile vom Dach aus die Aussicht genießen können. Und so steht es auch weiter in den Sternen. archy steam. 2 2 2 3 3 3 4